Die Tiny Toons sind über sich hinausgewachsen. Was? Ein Muskelbär. Basta, ein Anführer. Und der eine, der einzig wahre, der überaus lächerliche Plucky. Oder vielleicht sind sie einfach genauso verrückt wie immer. Hier kann man sein abgefahrenstes Selbst sein. Tiny Toons L'University. Täglich um 16.30 Uhr. Nur bei Cartoon Network.